Heute geht es mal wieder um eine Petition und heute geht es mal wieder um eure Mitarbeit und worum es genau geht, seht ihr jetzt hier in dem Video. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal ein Video gemacht über eine Petition, die das neue Waffengesetz bzw. die neue Waffengesetzänderung aufhalten soll oder zumindestens hier eine Mitsprache der Schützen, Jäger, Spieler in Deutschland hier auf das neue Waffengesetz eben ermöglichen soll. Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass hier nicht einfach mit Willkür was von der Politik entschieden wird, sondern dass man hier als Bürger, als Teil der Demokratie hier seinen eigenen Einfluss mit auf die Geschichte macht. Jetzt ist das große Problem, die Petition, die wir erfolgreich durchgeführt haben, also wir haben weit über 50.000 Stimmen geschafft, ich glaube 67.000, 70.000 irgendwas im Dreh waren es. Ja, die wurde vom Bundestag einfach nicht anerkannt. Zu den Gründen, man liest immer wieder, es wurde von der Privatperson gestartet, also von Katja Triebel. Also deswegen hat es keine Wertigkeit, das ist meine Frage an den Bundestag, wenn das wirklich stimmen sollte, warum hat denn eine Person keine Wertigkeit? Also wir sind hier im 21. Jahrhundert, wir haben mittlerweile ein Frauenwahlrecht. Also das kann nicht daran liegen, dass Katja eine Frau ist, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Armutszeugnis der Politik. Deswegen, es gibt jetzt eine neue Petition, die ist auch direkt vom Bundestag, also beziehungsweise direkt auf der Homepage des Bundestages. Es geht um genau dieselbe Geschichte, um die Magazinverbote, um die Vorderladergeschichten, wobei das mit dem Vorderlader schon eigentlich mehr oder weniger passé ist. Aber es geht um dieselbe Geschichte, nur dass hier jetzt eben eine Petition ist, die auf der Seite des Bundestages ist. Anmelden und abschicken dauert ungefähr drei Minuten. Einige Leute werden jetzt vielleicht sagen, ich gebe dem Bundestag doch nicht meine Adressdaten. Hallo, wir sind in Deutschland, ihr seid überall beim Einwohnermelder angemeldet, die haben eure Adressen schon. Also ihr gebt da nichts von euch preis, was es nicht eh schon von euch preiszugeben gibt. Ganz ehrlich, es ist unheimlich wichtig, dass da jetzt was zusammenkommt. Stand heute waren es heute früh irgendwas 7400 Unterschriften, nach ungefähr drei, vier Tagen. Wir haben insgesamt aber nur 30 Tage Zeit, also einen Monat Zeit, eben die Petition vollzukriegen. Sprich, jetzt muss reingeklotzt werden. Wir müssen in den nächsten Tagen schauen, dass wir dann die 50.000 Stimmen zusammenkriegen. Sollte kein Problem sein, weil, wie wir im anderen Video schon gesagt haben, wir sind weit über Millionen Sportschützenjäger, Ersthofftsspieler und sonst was, wenn man alle zusammenrechnet. Deswegen ist es ganz wichtig, dass hier von euch Mitarbeit kommt. Wir haben auch ein anderes Video auf GSP gemacht, also auf unserem anderen Kanal. Da hat das die wunderschöne Steffi gemacht. Und hier auf dem Kanal dreht sich es hier um die Schafwaffenthema. Also ihr seid hier vielleicht noch ein bisschen mehr betroffen. Aber auch hier höre ich immer wieder, ja, ich bin Jäger, mich betrifft es doch gar nicht. Zehn Schussmagazine sind doch mehr als genug. Ganz ehrlich, Waffengesetz betrifft jeden, der in irgendeiner Form was mit Waffen zu tun hat. Wenn euch diese Gesetzesänderung nicht betrifft, dann betrifft euch vielleicht die nächste. Deswegen schaut, dass ihr jetzt hier mit aktiv seid. Es geht auch um keinster Weise. Uns wird ja immer wieder vorgeworfen, dass wir jetzt hier Politik machen und dass wir jetzt hier für irgendwas Meinung machen, was doch eigentlich gar nicht Sinn und Zweck des Kanals ist. Hier geht es nicht darum, Politik zu machen, um irgendeine Partei zu fördern. Sei es die Grünen, sei es die AfD, sei es die SPD oder sonst was. Na gut, die SPD ist fast tot. Aber es geht hier wirklich nicht darum, Werbung für eine Partei zu machen. Es geht hier darum, die direkte, gelebte Demokratie auszuüben. Und wir haben in Deutschland nur das Mittel, eben über Petitionen hier zu arbeiten. Wenn es nicht wirklich einen Volksentscheid zu dem Thema gibt. Und das schaut nicht so aus, als würde es hier einen Volksentscheid geben. Deswegen, Petitionen sind wichtig. Ganz viele Leute sagen, es hilft doch eh nichts. Ja, es hilft eh nichts, wenn es keiner mitmacht. Und es hilft eh nicht, wenn alle Leute ihre Fresse halten oder sagen, mich geht es nichts an. Deswegen, schaut, dass ihr hier eben selber unterschreibt. Schaut, dass ihr Freunde von euch mobilisiert, dass die auch unterschreiben. Eure Familie fragen, ob da jemand Zeit und Lust hat, schnell zu unterschreiben. Weil wie gesagt, das sind drei Minuten Lebenszeit. Also das sollte eigentlich jeder haben. Selbst auf dem Sterbebett. Drei Minuten sind nicht so viel, das sage ich euch. Und wenn ihr andere YouTuber oder andere Influencer, Social Media Guys oder sonst was kennt. Scheißegal, um welches Thema es geht. Und wenn es da um Kochen geht. Schreibt denen in die Kommentare. Hey, hier ist eine Sache, die ist eine Ungerechtigkeit in Deutschland. Wir wollen mit der Petition dagegen arbeiten. Wollt ihr da nicht mithelfen? Wir müssen einfach jetzt ein Zeichen setzen. Weil wenn wir jetzt nichts unternehmen. Ja, und das heißt dann, man kann es mit uns machen. Dann ist es vielleicht in dieser Gesetzesänderung. Alle Magazine über zehn Schuss, die vielleicht verboten werden. Und im nächsten Gesetz werden alle Magazine unter zehn Schuss verboten. Dann sind es nur noch drei Schussmagazine oder Einzellader, Repetierer oder sonst was im Dreh. Wo man sagt, ja, mit einem zehn Schussmagazin kann man immer noch Schaden anrichten. Oder es werden Schalldämpfer wieder verboten. Oder es werden, weiß der Kuckuck, was Halbautomaten generell verboten. Weil es gibt ja keinen Grund, warum man einen Halbautomaten brauchen sollte. Ich sage immer noch, es gibt auch keinen Grund, einen Porsche Cayenne zu haben. Es geht hier einfach bloß um Freiheit. Und solange ich niemandem damit schade, kann ich eigentlich machen und besitzen, was ich eigentlich möchte. Solange es rechtlich konform ist. Es geht einfach darum, dass das Gesetz einfach sinnfrei ist. Dass absolut kein Sicherheitsgewinn damit oder nur ein ganz marginaler Sicherheitsgewinn damit eben erwirtschaftet wird. Und dass es auf ganz viel Kosten der Freiheit geht. Ich zitiere hier nochmal Benjamin Franklin. Sicherheit auf Kosten der Freiheit kaufen nur Nahen. Und das ist wirklich hier der absolute Punkt. Deswegen setzt euer Kreuz. Und wenn euch solche Art von Videos gefallen haben, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wobei es geht ja eigentlich nicht darum, dass ihr uns folgt, sondern dass ihr euer Kreuz hinsetzt. Trotzdem, wer abonnieren will, kann es gerne tun. Und wir sehen uns hier das nächste Mal auf Kuma Tactical. Und wir sehen uns hier.